Hallo Pies Männer, heute machen wir mal eine kleine Bastelstunde mit dem Cardana und zwar machen wir heute ein bisschen Origami und dazu machen wir ZZ-Cutting, hier haben wir Printpapier DIN A3, einfach so zusammengefaltet, das stellen wir da frei hin und Ziel ist es, dieses Papier natürlich static zu kappen, dass die Unterseite vom Papier natürlich stehen bleibt, ist klar zum kappen nämlich das WKC, das ist mein schärfstes Schwert, das gute alte WKC und jetzt wollen wir mal einen Papierflieger basteln, mit dem Cardana wie gesagt, Ziel ist es, erst die eine Hälfte weg zu cutten, dann die andere Hälfte weg zu cutten Papier muss stehen bleiben und dann haben wir einen Papierflieger, dann schauen wir mal ob der fliegt uch der fällt wieder um, kommt sie fix noch mal durch, zwei Chancen haben wir noch ja und fertig ist der Papierflieger, gell? jetzt wollen wir mal schauen, ob das ein Zufall war, ob wir das nochmal schaffen ups Fangen wir mal runter uch um und w ich f damn In diesem Sinne, das war's, Papierflieger, Bastel mit dem Cardano, Peace and Cuts of a Life, checkt Cut my life into pieces, this is my last result